Was sagst du Ihnen zur ersten Halbzeit? Ich fand es gut. Also ich fand auch die zwei Tore gut und mir ist aufgefallen, dass die anderen sehr gut waren und vor allem der 21er von den anderen. Ja, ich fand es gut und wir sollen so weitermachen. Ja, ich fand es gut, dass wir schon zwei Tore reingemacht haben, um den Vorsprung auszubauen. Also viele gute Pässe und so und aufs Tor zielen. Genauso spielen wie in der ersten Halbzeit. Ja, ganz klar noch ein Tor schießen. Einfach so weiterspielen. Wer wird denn für dich der Spieler des Tages? Ähm, Stieber. Also der Stieber. Eigentlich sind alle gut. Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn gemerkt, dass er nicht am besten ist. Vielen Dank.